das denn der Karten 2 Prozent der Verletzten der Abwehr die Arten die GmbH Prozent bei der Rote der so die 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 ersten und alt ihr macht als erstes geknickt haben dass man hier und ihr müsst ihr und und man denkt nicht die möglichkeit und erkennt er hat sich die die wir müssen so und jetzt schlangen nicht abweichen die 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 in der Nähe des Hauses und das ist in den Kopf vorgegangen die Menschen automatisch ab nach die Gesundheit nach die Haare dann das gemacht dann können wir jetzt die einmal so schreien also einmal so und dann so schreien äh so schreien jetzt schlock dir Mach die hier nochmal so welche Reike. Und ich finde das dann ohne Probleme hier reinstecken. Und dann habt ihr eine CD gelegt. Hier kommt ihr noch und schreibt. Ja. Könnt ihr noch was wollen. Rockfernsehen oder Rockgitarre. Zack, zack, zack. Und kann man in Rockschwein. Und kann man in Rockschwein. Rock. Äh, ja, das war jetzt für mein Video. Und das ist wirklich easy, diese zu machen, die ich nicht verloren hab. Oder wie ich grad keiner hab und will zum Beispiel für ein Speedbrot einpacken und ab dann nicht, was der Bote leitet. Wer hat dann eine CD, dann macht er mal ein Speedbrot ab. So, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Seht ihr ein Video und sehen uns beim nächsten Mal. Und noch eins. Wenn ihr noch Fragen habt, wie man andere Modelle von diesem bauen könnt, Schreibt's mir unten in die Kommentare. Ich mach euch noch einen Link. Ja, und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ciao. Gut. Dann pas. 2 2 2 2 3 1